Äh, wir suchen ein Boot. Äh, ja. Scheiße. Hinterher! Ja, uns bitte auch, uns bitte auch. Scheiße. Fuck. Über den Container, komm. Auf geht's. Lochos. Nein! Damn it. Fuck. Ja, nimm, 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 nimm. Gute Idee, gute Idee. Auf geht's. Aufmachen. Oha. Lol. Scheiße. Scheiße. Clementine, kannst du mich hören? Wenn du mich hören kannst, geh zurück ins Haus, okay? Ich will dich dort treffen. Shit. Jo, und nochmal herzlich willkommen bei The Walking Dead. Wir können uns die Leiter ansehen. Kein Weg zurück, okay. Ein Gitter. Aber warum ist denn hier alles so solide gebaut, ne? Okay. Kein Weg, ich kann das öffnen. Okay. Ja, dann ist es gut. Okay, hier ist eine Abzweigung. Können wir geradeaus? Nein, können wir nicht. Gut. Vorsichtig runter. Wir befinden uns gerade in der Kanonisation von Savannah. Und müssen irgendwie nach Hause kommen. Okay. Ein Rohr. Ach so. Wir können auch da lang gehen. Ach du Scheiße. Zurück, 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 zurück. Gut. Wir müssen noch einen anderen Weg geben. War da noch irgendwas? Da können wir nicht lang, okay. Gut, dann müssten wir auch mal... Hier ist ein Durchgang. Sehr gut. Wie abgeschlossen? Hä? Dammit. Dammit. Ah. Was jetzt? Hier oben ist auch nix. Können wir irgendwie... Hier, tote Ratten. Nee. Halb-eaten Sewerratten. Walkers must be down here, too. Bäh, können wir... Warum können wir die nehmen? Ain't touching that. The last thing I need is some god-awful disease. Ja, solchen gibt's auch noch. Das ist nicht geil. Aber hier muss es doch sonst noch irgendwas geben, oder? Wir haben so einen... So einen Haken von Molly bekommen, die wir letztes Mal kennengelernt haben. Hier liegt nix. Verdammte Scheiße. Da können wir rein. Okay. Sehr gut. Hier ist ein Rohr. Gibt's da noch irgendwas? Gibt es? Gibt es? Zurück, oder? Können wir das hier aufmachen? Ja. Das läuft auf jeden Fall. Gut, da war aber noch... noch... noch hier ein Rohr. Was passiert, wenn wir es... Es ist schon ganz aufgedreht, dann machen wir es auf jeden Fall mal zu. Und irgendwo kommt Wasser. Oh, oh. Ach so, gut von der anderen Seite. Sehr gut. Oh, oh. Ähm... Zudrehen. Aufheben. Ach so. Okay. Nee, 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 nee. Drauf und aufdrehen. Hier und... Hier. Also zudrehen im Aufdrehen im Sinne von bla. Gut, der ist weg. Wir gehen einmal außen rum. Können wir das? Nee, hä? Lol. Nee, warten Sie, warten Sie, warten Sie. Wir müssen nochmal zurück. Das hier drehen wir mal. Alter. Äh... Hier. Einmal drehen. Aufmachen. Das hier mitnehmen. Und... Und... Wir gehen... Die Seite hier rau... Oh, slow-mo. Slow-mo, ja. Der kann's. Boah. So, okay. Hier können wir raus. Und wir gehen dahin. Und machen dieses Ding dann drauf. Ja, läuft! Aber was passiert, wenn wir... Hier steht jetzt einer hinter uns. Ich hoff's mal nicht. Nee, okay. Äh, wir können das hier so... Aufmachen. Ja, können wir. Scheiße. Nicht geil. Weg hier, weg hier, weg hier. Komm, weg. Verwiss dich. Da kommen sie. Ja, das merkt man. Lauf, 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 lauf. Da rein, da rein. Komm, schneller. Lüh, schneller. Lüh, schneller. So. Warum wird der Bildschirm rot? Warum zum Teufel wird der Bildschirm rot? Das gefällt mir nicht. Okay, wir können warten, dass alle vorbei sind. Ich hoff, das waren jetzt alle. Oder? Ja, okay, das waren alle. Sehr gut. Da ist noch jemand. Weiter geht's. Ja, gute Einstellung. Boah. Nicht Chuck, oder? Scheiße. Aber er hat eine Pistole dabei. Der gute alte Chuck. Nur am Fressen diese Viecher, ne? Nein. Scheiße. Nicht geil. Was, was will denn der jetzt da? Äh, weg. Weg, 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 weg. Scheiße. Und auf den Kopf, auf den Kopf. Ah, das war knapp. Puh. Das ging gut. Da ist ein Schild. No Dumping. Okay. Da oben ist eine Leite. Und mit diesen, das da, ja, mit dem hier. Ah. Fuck. Was ist denn da? Das, äh, schauen wir uns noch nicht an. Wir versuchen... Hier. Eine kaputte Leiter. Läuft doch. Was? Okay, ein Gitter. Die Bars sind viel zu solid. Scheiße. So. Aber was jetzt hier dahinter ist... Das wird jetzt leider eine kurze Folge, sorry. Aber weil die, weil die, die zwei davor waren so richtig lange. Das werden wir auf jeden Fall in der nächsten Folge sehen. Was hier? Da ist noch was. Da ist eine Tür. Nicht runter. Nicht runter. Nicht rüber. Hier. Tür. Auf. Zu. Scheiße. Aufstemmen. Los. Dammit. Okay. Gut. Dann haben wir noch ein bisschen Zeit geschwindet. Nein. Okay. Äh, wir bleiben oben. Dammit. Okay. Gut. Jo. So. In diesem Sinne. Bis morgen. Ciao.